Warum nutzen viele Menschen beim Sport eine Pulsuhr? Um wichtige Informationen zu kriegen. Nämlich, bin ich noch in einem grünen Bereich, das heißt, ist mein Belastungsniveau noch in Ordnung, oder tende ich schon zu einem orangen oder gar roten Bereich und bin dabei, mich zu sehr zu belasten. Wie ist es denn im Alltag? Wissen Sie immer genau, wo Sie in einem grünen Bereich sind, wann Sie in einen orangenen Bereich kommen, und wissen Sie, wie gut es Ihnen gelingt, ist, zu regenerieren, sich zu erholen, wissen Sie, wie gut Ihr Schlaf ist, weil auch wenn Sie nachts durchschlafen, kann es sein, dass Sie gut regenerieren oder weniger gut regenerieren. Und Sie sind in einem Unternehmen tätig, das durch Controlling-Instrumente geführt wird, weil nur wenn ich die richtigen Informationen bekomme, auch richtige Entscheidungen fällen kann. Und da kommt die 24 Stunden HRV-Herzratenvariabilitätsmessung ins Spiel. Über 24 Stunden wird mit einem ganz kleinen Rekorder, den man hier so installiert, die Herzfrequenz- und die Herzratenvariabilität aufgezeichnet. Und daraus, aus diesen Werten, kann man ganz viele wichtige Informationen ableiten. Welche Situationen sind es denn, die mich tatsächlich stressen? Wo verliere ich Energie? Wie stark gelingt es, wie stark bin ich wirklich belastet in meinem Alltag? Habe ich in der Mittagspause auch tatsächlich Regeneration oder habe ich auch in der Mittagspause Stress? Was passiert abends, wenn ich nach Hause komme beim Abschalten? Schalte ich wirklich ab oder bleibt mein Stresslevel auf einem hohen Niveau und ich merke es gar nicht mehr, weil ich vielleicht durch irgendwelche Aktivitäten das überdecke? Was passiert in der Nacht? Wie gut gelingt es tatsächlich, in meinem Erholungssystem aktiv zu werden? All diese Informationen liefert Ihnen eine 24-Stunden-HRV-Messung. Und nach unserer Erfahrung ist eine 24-Stunden-HRV-Messung auch für viele Menschen ein Aufwachsignal, ein Wake-up-Call, weil sie merken, hey, ich bin eigentlich deutlich belastet, als ich es gedacht habe. Ich muss jetzt tatsächlich anfangen, mich um meine Regenerationsfähigkeit zu kümmern. Also für uns ist die HRV-Messung nicht nur etwas, was in ein medizinisches Setting gehört, sondern ein ganz wichtiges Coaching-Tool, weil es den Leuten hilft, klüger wie sich selbst zu werden und von da ausgehend leichte Veränderungen in ihrem Leben zu machen, um mehr Energie zu tanken, weniger Energie zu verlieren, um unterm Strich die innere Fitness zu erhöhen, die Leistungsfähigkeit zu erhöhen und sich dabei noch wohl zu fühlen. Das heißt Gesundheit und Leistungsfähigkeit und dazu die 24-Stunden-HRV-Messung.